Jo Leute, willkommen zurück zu Alien Isolation und... Ach ja, wir sind ja... Wo muss ich hin? Ach, genau. Schlecht. 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 Schöner Anfang. Schöner Anfang. Es ist nicht schön. Nicht mal eine Minute vergangen, schon hat uns das Alien geholt. Es hat einen Applaus verdient. So, ich gehe jetzt einfach mal. So schwer ich kann. Komm, ich brauch dich mal als Lockvogel. Kommst du mal, ja? Nein? Schade. Keine Lust. Ich gehe hier durch. Okay, ist weg. Kann nicht so schnell wie möglich... Abhauen. 58 Meter entfernt. Ist aber trotzdem noch in der Nähe. Und ich würde es... Nicht wagen. Ach man. So, wenn ich das Alien... Ist hier... Alter, schreck mich nicht. Blöde Kamera. Ich bin zu voll, um die Kamera abzustellen. Ich weiß nicht warum. So. Beschäftige ich damit Alien. Und ich gehe hier hin. Aber woher weiß das Alien überhaupt, dass ich mich genau hier befinde? Auf der... Also jetzt dort hinten dann? Woher weiß es dann? Ich meine, wenn wir es realistisch betrachten. Also... Naja... So ein Speicherpunkt. Äh, privates Terminal. Komm, ich hol Speicherpunkt. Direkt ist der hier gespawnt. Okay. Da unten nicht hingehen. Da ist nichts Interessantes. Oh, sagt mir nicht. Ich gehe den langen Weg. Natürlich. Den blöden Weg. Ja. Natürlich den blöden Weg. Muss ich jetzt... Okay. Okay. Da könnte mich das... Alien erwischen. Ich gehe... So schnell ich kann. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Hier war ja nichts. 90 Meter. Ich hasse das Alien. Es ist da unten. Ich spüre das. Ich weiß nicht, warum, aber ich spüre das. Wo ist Krabbit noch? Aber unten. Mann, aber woher weiß es das? Moment, ich will mal kurz gucken. Stockwerk. Wenn ich dann da runtergehe. Okay. Okay. So schnell wie möglich. Ach. Stimmt. Schnell. Sonst kommt die Kamera. Oder ist Alien? Entgegen und wir sind tot. Nicht nur tot. Wie sind Geschichte. Hä? Oh Mann. Rein. Rein. Ich trau mich nicht raus. Schnell wie möglich. Davon wissen wir auch. Genau. Und. Jetzt mal warten. Wurde es warten. Ich traue mich nicht runter zu gehen. Genau. So, jetzt traue ich mich. Oh Mann. Hätte ich doch nur... ... 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 Nein. Wie viel Glück kann man nur haben? Wie viel Glück kann man nur haben? Ach, Mann. Ach. Ich wusste es. Darum habe ich mich erst jetzt versteckt. Hallo? Oha. Jetzt weiß ich wenigstens, was ich tun soll. Ich sehe seine Krallen. Ich sehe deine Krallen. Bitte hau ab. Ich will das Abhaus. In einen Schacht. Okay. Schnell. Ich dachte, schnell. Es geht zwar nicht schneller, aber... Man weiß ja nie, ne? Okay. Nein. Nee, oder? Wie soll ich das denn jetzt machen? Ach so. Okay, da bin ich die ganze Zeit... vorbeigegangen. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Okay. Kurz. Okay. Kurz warten. Woran muss ich jetzt? Oh mein Gott, ein Speicherpunkt. Und ich habe das Ganze übersehen? Die ganze Zeit? Mann, wie blind bin ich denn? Ich bin sicher, jetzt kann ich ein bisschen Quatsch machen. Ein bisschen ausprobieren. Bevor das Alien kommt. Ich lasse mich jetzt mal erwischen. Na? Ähm. Weg von hier. Ich bin nur ein Android. Ich bin nur ein Android. Ich bin nur ein Android. Ich muss alle Sachen mitnehmen. Und? Danke. Was soll ich hier machen? Ah, okay. Das hier bestimmt, ne? Ach, Mann. Okay, machen wir das mal. So schnell es geht. Oh, Mann. Oh, Mann. Das. Das. Oh, Mann. Oh, Mann. Was muss ich hier machen? Okay. Und? Komm, 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 komm. Ah. Ey, Bro. Ich brauche deine Hilfe. Obwohl ich bin es nicht böse. Du bist ja mal Revolver. Ok, wir mal. Ok, wir mal. Und ich gehe... Speichern. Nein, ich möchte, dass du mir ein aktives Speicherpunkt zulieferst. Achso, ich soll... Ähm. Gib mir einen Raketenwerfer. Einen Schutzanzug. Ein... Maschinenpistole. Ein... Ein Gerät, wo ich immer speichern kann. Oh, nein. Oh, nein. Das ist Alien. Ich dachte schon, ich habe es zum Bangen gebracht, oder... Oder was auch immer. Ah? Ähm... hau ab was will er von mir hau bitte ab mist dann nimm doch deine fäuste und kämpft gegen ihn weil du bist doch stark ok was soll ich jetzt tun keine ahnung da ist es ich suche mich bestimmt mit seine k.i. weiß gleich wo ich bin ähm was das ach so ist schon weg naja ähm alter und toll ja ja ok die ist verpackt oder so gut gut sie sind unterwegs richtung dem sogenannten projekt k.i. 348 sagt sie bescheid wenn sie angekommen sind oh man was soll ich machen wie soll ich da hinkommen nehmen sie den frachtaufzug zu projekt keine ahnung was ähm speicherpunkt war doch hier ne ok oh nein perfekt 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 rausgekommen perfekt was ist denn mit dem los egal eigentlich wie kann er dann dieses piepen hören wenn dieses laute gerät ja wenn es jetzt kommt ne dann ist dieses vier einfach zu op ja da war ich ja noch gar nicht ich habe es gehört es ist rausgekommen wo wo kommt es ok habe es verstanden hier komme ich oh mein gott alter ist der dunkel ja ganz wohl führe ich mich hier nicht ne ok ich sitz lambeverein zum ersten mal ja er ist unter mir über mir genau ja das alien kann ich hier kommen hä wo soll ich ich oh oh mist es ist über mir glaube ich es ist über mir glaube ich ok ok und raus hier muss man in diesem spiel sehr viel hören und lieber ausschalten ok da ist ein schacht ich will mich hier umgucken ich will mich hier umgucken alles voll hm interessant schnäckchen ich will mich hier umgucken oh ist das grünende zu bedeuten oh mist also mit einem klub augenklappe ist es echt nämlich mit der werbung bin ich denn auch wunderschön ich kann doch mich unter kann ich mich mal hinter dir verstecken sehen kann mich hier finden ok leute da würde ich sagen wie es dann beide geht bei alien eislation das sehen wir beim nächsten mal sind leute bis dann tschüss